Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, willkommen zurück hier auf meinem Kanal, mein Name ist Peacekeeper und hier ist das Infovideo, wie ihr mir die Videos für die Top 5 Videoserie senden könnt. Und zwar müsst ihr auf Dropsend.com, Link ist unten in der Beschreibung, dann müsst ihr hier oben eure E-Mail Adresse eingeben, ich habe hier jetzt irgendeinen Quatsch eingegeben, müsst ihr dann machen und hier unten müsst ihr dann meine E-Mail Adresse eingeben, die lautet so, Peacekeeper mit Doppel E, ganz normal, wieder K, Doppel E, Peacekeeper Video at gmail.com, da steht com, mit E am Ende, das ist falsch, nur com, dann schreibt ihr als Thema Top 5 und kleines Nachricht A's oder was halt dazu passt und dann drückt ihr auf Select, der File, dann habe ich hier jetzt ein Bild hochgeladen, lade ich gleich hoch, weil das schneller geht, klickt ihr auf und ihr macht dann natürlich ein Video und dann klickt so, send your file, müsst ihr erstmal alles durchlesen, ne, sehr wichtig, erstmal, naja, ich habe es verstanden und dann senden. Ja, das dauert dann ein bisschen und dann sollte das klappen, falls ihr mehrere Videos senden wollt, beim zweiten Mal sieht das nämlich so aus, dann müsst ihr hier drauf klicken und dann wieder meine E-Mail Adresse eingeben, Peacekeeper Video at gmail.com und hier könnt ihr dann Top 5 eingeben und hier könnt ihr dann wieder eine Datei auswählen, dann die Top 5 Videos oder ein Video und ihr könnt eine kleine Nachricht schreiben, zum Beispiel, hey, ich habe das und das oder sowas gemacht, je nachdem was dazu passt, damit ich weiß, ok, es geht darum und dann ist es halt einfacher für mich und falls du das dann geschrieben hast, kannst du auch eine Kopie an dich senden, hier unten, aber brauchst du nicht, dann klickst du auf und dann wird das erstmal hochgeladen, ja siehst du das und dann ist es bei mir dann angekommen und dann sieht das quasi so bei mir aus, wenn ich darauf klicke, habe ich dann eine Nachricht, oh, Top 5, weiß ich Bescheid, ok, klick dann da drauf und dann kann ich es sehen, ok und hier lese ich dann deine Nachricht, was du mir geschrieben hast, ist einfacher für mich und ich klick dann da drauf und weiß, kann mir das Vorschau angucken, weiß, ah, das ist das Bild, gucke ich mir das an und dann download ich mir das runter, ja, das war's Leute, jetzt wisst ihr, wie mir die Videos senden können, ich bin echt gespannt, was für Videos ankommen werden, falls du auch gespannt bist, dann lass gerne ein Abo da und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao!